Was hast du denn bestellt und was ist das? Bestellt habe ich es auf Amazon. Wenn ihr es nicht sehen könnt, zu-Streaming. Da ist so ein kleiner Wolf. So ein roter, der heult schon. Alles natürlich nicht. Ich glaube ich kriege das schon, oder? Bist du das? Nein, das ist der Fisch auf jeden Fall. Ja, bist du gut. Musst du mir das heute essen? Wir können doch auch einen anderen Tag essen. Nein, jetzt ist es zu spät. Das ist ja fast der letzte Tag, wo man es schon machen kann. Was ist das denn? Was ist das denn schon mal hin? Das ist ja wirklich... Warum macht ein Aeserum zu blöd? Boah! Das ist schon gut, Alter. Oh ne! Auf die Tischdecke rauf gekommen. Uff! Alter, wie riecht denn das, Alter? Das ist eins bei den Inneren. Boah! Oh ne, das ist wie im arabischen Klo, Alter. Du bist der tausendste, der da rauf geht, Alter. Das ist ja richtig abartig, oder? Das riecht wie Klo, Alter. Das riecht wirklich wie Klo. Oh! Oh! Hm! Das ist wie Klo, oder? Wie Klo! Das will auch keiner essen, Alter! Boah, das riecht wirklich wie, wie richtig so, ich kenne das, ich kenne diese, ich kenne diesen So, nee, gehörst du denn jetzt hin? Ja, warte kurz. Und ich bleib hier sitzen oder halt? Oh, irgendwie, oh, Alter, das ist richtig abartig. Wo willst du damit eigentlich hin, wenn wir fertig sind? Oh, weg. Irgendwo, irgendwo, wo das Zeug keiner mehr finden. Das nehmen doch noch nicht mal die Waschbären, Alter, das ist doch, ii, ist das abartig, Alter. Das stinkt. Oh, Gott. Oh, Gott, das ist so, Alter. Ey, das sieht ja nicht, das ist so abartig. Was habt ihr da mal nicht so? Ich geh's wirklich nicht, wo ich damit hin soll, das, 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 das wird verboten, sowas. Ne, denk mir mal, vorher gedanken, ihr macht. Das war hier bei Rico, sind auch hier bei mir. Oh, das ist der nicht jetzt für ein Fisch. Ist das Hering? Das ist tot, toter Fisch, toter als tot. Oh, Boah. 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 Also, was ist das? Irgendein Hering oder sowas? Ich wüsste nicht. Boah, ey. Oh. Guck dir doch mal an. Nein. Mit Gräten, Alter. Das ist ja komplette Fisch, oder was? Lustige, eine Weile nicht. Ich dachte eigentlich, dass das jetzt hier irgendwie so ein bisschen anders ist. Vielleicht ist es ja auch einfach nur schlecht. Oh, ey. Alter, wenn das hier so rüberkommt, ist das brutal, Alter. Oh, ich kann das nicht, ey. Alter, das ist schlimmer wie Gülle. Das ist echt schlimmer wie Gülle. Das bringt die Scheiß jetzt in mir die Klammer. Oh, nee, Alter. Achau ab, ey. Ey, kann das nicht richtig, ey. Aber jetzt ist doch mal davon. Alter, ey. Nee, irgendein Trog, ey. Aber es schneidet doch mal wenigstens ein Klinikchen ab. Ja, ja, ey. Hast du kein Messer, oder was? Wenn du kein Messer, was ich dann wieder wegschmeiße, ey. Ja, und du verpissst dich jetzt schön, was wir hier sitzen haben, an dem Dreck. Ich versuche, die ganze Zeit ganz flach zu atmen. Aber wenn du dann mal so richtig tief einatmest, ist das richtig übel. Das ist wie Körperverletzung, ist das, Alter. Ey, das geht überhaupt nicht. Das kann ja keine Delikatasse sein, weil es einfach nicht geht, weil es einfach nur stinkt, die Scheiße hier ist. Ey, 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 das kann doch nicht, das kann doch nicht, das kann doch nicht gut sein. Ich kann, das, aber ey. Alter, ey. Guck mal, da sind doch nur die Krieten. Das kann doch nicht gut sein. Was ist denn, bitte? Boah, das ist so ekelhaft. Alter, ey. Ey, ist doch nicht irgendwas, wo Krieten noch dran sind. Ich will die aber auch nicht abmachen, weil... Wir sind ein bisschen ernst, weil ich... Da muss ich... Da muss ich nicht anfassen, Alter. Ich will nicht meine Haut haben. Never, ever, ey. Ich glaube, wenn du das hier immer irgendwo wegschmeißt, du kommst, kein Tier mehr, Alter. Hast du Ruhe. Alter, ich dich ja nicht... Malte, das stimmt wie Scheiß hochziehen, Alter. Warum stellst du denn so? Als wenn Jan Skandinavi in der Rinde gekackt hat. Alter, hab ich so eine Scheiße. Das ist jetzt ein Teil von dir. Alter. Oh. Oh. Boah. Pff. Nee. Oh, ich krieg grad Kaffee und das. Oh, ey. Oh. Das würdest du jetzt wieder wegmachen? Oh. Alter. Oh. Oh, nee. Oh, nee. Ich trau mich auch nicht mal das anzufassen, ey. Mach das echt mal weg, die Scheiße. Alter. Oh, ist das abratig. Ey, nie wieder. Oh. Das ist ein Egel auf der Wenge. Hier, Alter. Stinkt hier überall noch. Ja, überall ja. Das Infektionstücher wo auch mal. Das reicht nicht. Das ist demnächst. Das ist mir, fehlt alles. Das ist mir, ist mir. Bis whoa. Bis zum nächsten Mal.